Vor Antritt des DVT-Fachkundekurses werde ich von meinen Teilnehmern sehr häufig die gleichen Dinge gefragt, was den Kursablauf bzw. die Kursregularien angeht. Man muss grundsätzlich wissen, dass dieser Kurs aus zwei Teilen besteht. Das ist einmal der Spezialkurs im Strahlenschutz. Das ist ein achtständiger Kurs, der mit einer abschließenden Klausur dann am selben Tag abgeschlossen ist. Und der andere Kursteil ist die sogenannte Sachkunde, die mit der Befundung von 25 DVTs in mindestens drei Monaten dann einhergeht. Auf meiner Seite dentalvolumen.de habe ich hier Ende 2016, das ist die Version Oktober 2016 meiner Webseite, habe ich hier unter die häufigsten Fragen zum DVT-Kurs sehr deutlich und sehr ausführlich zu diesen Fragen Stellung genommen. Wann mache ich den Kurs? Wie mache ich den Kurs? Und welche Hardware und welche Software brauche ich zum Abhalten des Kurses, insbesondere für die Sachkundehausaufgaben dann? Grundsätzlich kann man sagen, dass dieser Kurs also auf zwei Arten erledigt werden kann. Wir haben einmal die Möglichkeit, und dazu gehe ich jetzt mal hier unter Preise und Anmeldung in den eShop meiner Seite. Wir haben zum einen die Möglichkeit, die Kursteile A und B, das ist der Sachkunde und der Spezialkursteil des Kurses, dann gleichzeitig zu buchen und dann auch als sogenannten Kombinationskurs zu absolvieren. Die beiden Kursteile A und B werden dann einfach im Abstand von drei Monaten voneinander abgehalten, sodass man in diesem Zwischenraum zwischen Kurs A und B dann drei Monate Zeit hat, die Hausaufgaben mit den 25 DVTs zu erledigen. Das bringt einen aber in die Situation, dass man unter Umständen diese Termine nicht wahrnehmen kann, weil das einfach terminlich bei einem selbst nicht anders geht. Und man hat dann die Liebe, Not, dass man da mit den Terminen nicht klarkommt. Deswegen empfehle ich den Kollegen, die also da unabhängig sein wollen, eine getrennte Buchung von Spezialkurs DVT und von der Sachkunde, sodass man diese beiden Kursteile unabhängig voneinander absolvieren kann, unter Umständen auch örtlich getrennt. Zeitlich haben diese Kurse dann nichts mehr miteinander zu tun. Was bleibt, sind drei Monate Sachkunde für das Befunden von 25 DVTs. Da kommt man leider, egal wie man es dreht, nicht drumherum. Ich bitte dann ganz einfach mal auf meiner Seite unter Home, das heißt unter der Startseite, dann einfach mal die häufigsten Fragen zum Kurs dann sich aufmerksam mal durchzulesen, damit man da so ein bisschen Einblick hereinkriegt und dann im entsprechenden eShop unter Preise und Anmeldung da einfach mal zu schauen, welche Möglichkeiten zur Kursgestaltung da bestehen. Grundsätzlich kann man sagen, man kann beide Teile, wie gesagt, unabhängig voneinander abhalten, auch örtlich. Man kann den einen Teil meinetwegen in Meerbusch abhalten, das ist bei Düsseldorf direkt, und den anderen Teil in Berlin oder umgekehrt, je nachdem, wie man das gerade braucht und haben möchte. Ich habe verschiedene Kurse innerhalb von Deutschland im Angebot, sodass man da eigentlich recht häufig einen passenden Termin finden kann. Bei Fragen und Problemen bitte mailen oder mich anrufen, dann können wir das im Einzelnen absprechen. 8. 10. 15.